Der Inhalt dieses Videos ist die Übersetzung eines im Jahr 2008 in Russland erschienenen wissenschaftlichen Berichtes über die Wirkung von Bier. Diese wissenschaftlichen Fakten sind nicht nur für Russland relevant, sie sind ebenfalls für Westeuropa und vor allem für Deutschland gerade hochgradig aktuell. Denn bestimmte Kräfte versuchen derzeit mit allen Mitteln die Urbevölkerung dieses Landes auszurotten. Die Verbrecher in den Chefetagen der Alkoholindustrie greifen zu allen Mitteln, um möglichst vielen Menschen ihr Gesüft schmackhaft zu machen. Dem deutschen Volk wird bereits seit Jahrzehnten von allen Seiten eingetrichtert, dass das Bier deutsches Nationalgetränk wäre, ja sozusagen ein Kulturgut oder gar Lebensmittel. In diesem Bericht werden Sie das Gegenteil davon erfahren. In der Videobeschreibung finden Sie zwei Verweise zum Herunterladen. Eine Datei enthält den übersetzten und in diesem Video eingelesenen Bericht in Textversion mit wissenschaftlichen Quellenangaben zum Nachvollziehen der enthaltenen Fakten. Die zweite Datei ist eine Audioversion dieses Videos, um sich diese auf ein mobiles Abspielgerät zu übertragen und unterwegs anzuhören. Ich möchte insbesondere junge Menschen dazu ermutigen, sich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen und zu versuchen, seine Klassenkameraden dahingehend zu beeinflussen, eine nüchterne, drogenfreie Lebensweise zu führen. In diesem Bericht ist dank den Quellenangaben mehr als genug Informationsmaterial enthalten, um im Biologie- und Soziologieunterricht Referate zu halten. Und nun folgt der eigentliche Inhalt dieses Videos. Die herbe Wahrheit über das Bier oder der Weg zum Aussterben einer Gesellschaft. Ungeachtet dessen, dass das Bier bereits lange bekannt ist und der Hopfen in Europa seit etwa 1000 Jahren kultiviert wird, existiert bis heute keine Klarheit darüber, wie sich dieses sogenannte Getränk auf dem menschlichen Körper auswirkt. Auf der einen Seite gibt es eine Unmenge von Büchern, Broschüren oder von der Alkoholindustrie bezahlten Zeitungsartikeln darüber, wie gesund doch das Bier sein soll. Es wird sogar empfohlen, schwangeren Frauen oder bereits stillenden Müttern Bier zu sich zu nehmen oder es gar den Kleinkindern direkt zu verabreichen, angeblich für einen besseren Schlaf. Auf der anderen Seite, sagt ein russischer Arzt, Gennady Anishenke, nicht Aids, nicht Tuberkulose richten Russland zugrunde, nein, es ist der Bieralkoholismus unter den jungen, heranwachsenden Menschen. Wo ist also die Wahrheit? In diesem Beitrag werde ich nicht auf die Auswirkungen von Alkohol eingehen, der im Bier enthalten ist, sondern ich werde auf andere Aspekte eingehen, wie Störungen im Geschlechtsbereich bei den Bierkonsumenten, das Vorhandensein von psychoaktiven und süchtig machenden Substanzen oder besser gesagt Drogen und diverse Verbindungen resultierend aus der Gärung, sogenannte Fusselöle. Und im Abschluss gibt es noch einen Einblick in soziale und ökonomische Folgen des Bierkonsums. Vor langer Zeit wurde bereits bemerkt, dass der Konsum von Alkohol zu einer Feminisierung der Männer und Maskulinisierung der Frauen führt. Bei den Männern kommen weibliche Charakterzüge zum Vorschein sowie Impotenz und bei den Frauen kommen entsprechend männliche Charakterzüge zum Vorschein. Ihre Stimme wird rauer, sowie der Charakter. Es entsteht Bildung von Gesichtsbehaarung. Unter allen derzeit auf dem Markt frei verkäuflichen alkoholischen Getränken hat kein anderes Getränk so dermaßen starke hormonelle Auswirkungen auf den Körper von Männern und Frauen wie das Bier. Erst 1999 wurde dieses Phänomen von der Wissenschaft ernsthaft unter die Lupe genommen. Es hat sich herausgestellt, dass in den Hopfenfrüchten, die dem Bier beigemischt werden, um diesem den herben Geschmack zu geben, 8-Penil-Naringenin enthalten ist. 8-Penil-Naringenin ist eine Substanz, die zu den Phytoestrogenen zählt. Phyto bedeutet Pflanze und Estrogen ist das weibliche Geschlechtshormon. Ähnliche Verbindungen wurden bereits auch in anderen Pflanzen gefunden, wie dem roten Klee. Die traditionelle Volksmedizin wusste bereits lange von solchen Effekten und deshalb haben Viehhirten sorgfältig darauf aufgepasst, dass die Tiere nicht zu viel solcher Pflanzen aßen. Im schlimmsten Fall kann das zu Unfruchtbarkeit führen. Was dann auch in Australien beobachtet werden konnte, beim Weiden der Tiere ausschließlich auf Feldern mit rotem Klee. Wobei es angemerkt werden muss, dass 8-Penil-Naringenin alle anderen Phytoestrogene etwa um das 10- bis 100-fache übertrifft, was die hormonelle Stärke angeht und ist seiner Aktivität nach eher mit dem menschlichen Estrogen zu vergleichen. Diese Tatsache wird seit 1999 aktiv in bestimmten Kreisen und in der Fachliteratur diskutiert. Für die breite Öffentlichkeit aber bleibt diese Information verschlossen. Was sind Geschlechtshormone? Geschlechtshormone regulieren die Bildung und Funktionsfähigkeit von Geschlechtsorganen. Sie sind verantwortlich für geschlechtsspezifische Merkmale und Verhaltensweisen von Männern und Frauen. Im männlichen Körper wird das männliche Geschlechtshormon Testosteron gebildet und im weiblichen Körper entsprechen das weibliche Geschlechtshormon Estrogen. Diese Hormone bestimmen nicht nur das äußere Aussehen von Männern und Frauen, sie geben auch dem Mann seine Muskelkraft, eine entsprechende Figur, Gesichtsbehaarung, eine männliche Stimme und Charakter. Und der Frau ihre weibliche Figur, keine Gesichtsbehaarung und eine weibliche weiche Stimme sowie einen entsprechend weiblichen Charakter. Wenn Menschen anfangen, ein ihnen nicht entsprechendes Hormon zu sich zu nehmen, dann verändert sich ihr Äußeres, ihre Stimme und ihr Charakter. Das machen sich insbesondere Menschen zu Nutze, die absichtlich ihre Geschlechtszugehörigkeit verändern möchten. Eine Besonderheit der Hormone besteht darin, dass sie bereits bei einer sehr kleinen Menge und Konzentration eine sehr starke Aktivität entfalten. Im Körper einer Frau werden innerhalb von 24 Stunden nur 0,3 bis 0,7 Milligramm Estrogen gebildet, was dem Gewicht nach nur der Hälfte eines Zuckerkristalls entspricht. Diese Menge ist absolut ausreichend, damit der jeweilige Mensch eine Frau sein kann. Im Bier kann die aktive Konzentration von Phytoestrogenen 1,5 Milligramm pro Liter erreichen, umgerechnet auf das weibliche Geschlechtshormon Estrogen. Hier muss allerdings erwähnt werden, dass 90% des Phytoestrogens im Bier in einer inaktiven Form enthalten ist. Allerdings arbeitet die Mikroflora bei etwa 30% der Europäer so, dass sie das Hormon im Organismus, genauer gesagt im Dünndarm, aus der inaktiven in eine aktive Form umwandelt. Was macht das Bier mit dem Mann? Ein Mann, der regelmäßig Bier konsumiert, ersetzt in seinem Körper das männliche Hormon durch das weibliche. Vorher gab ihm das männliche Hormon Willenstärke, Aktivität, das Bestreben zu siegen, den Wunsch nach einer Führungsrolle. Und nun bekommen wir eine willenlose, apathische, zwischengeschlechtliche Kreatur, die nur auf der Couch liegen und fernsehen möchte. Ebenfalls können erhöhte Gereiztheit und Gehässigkeit auftreten. Es verändert sich ebenfalls die Figur bei solch einer Kreatur. Das Becken wird breiter und es gibt eine vermehrte Fettbildung auf den Hüften. Die Bauchmuskulatur wird schlaff und es bildet sich der bekannte Bierbauch. Die Brustdrüsen vergrößern sich, angefüllt mit Fett wedeln diese nun vor sich hin und geben diesem sogenannten Mann ein markantes Aussehen. Das Herz, welches nun genötigt wird, eine größere Menge überflüssiger Flüssigkeit zu pumpen, die durch den Bierkonsum dem Körper zugefügt wird, vergrößert sich merklich. Die Herzwände werden dünner und brüchiger. Von außen wächst es mit Fett über. Es entwickelt sich eine koronare Herzkrankheit und das Infarktrisiko steigt. Physische Anstrengungen werden immer schwieriger zu bewältigen sein. Atembeschwerden treten auf. Die Ärzte in Russland nennen dieses Syndrom Bierherz oder bayerisches Herz. Es wird immer schwieriger, männlichen Verpflichtungen nachzugehen. Nach und nach wird der Mann impotent. Die Lust zu Frauen sinkt und wird durch die Lust zum Alkohol ersetzt. So gesehen bestätigt sich die Aussage des ersten deutschen Kanzlers Otto von Bismarck, vom Bier werden die Menschen faul, blöd und kraftlos. Hier ist natürlich die in Anführungszeichen Manneskraft gemeint. Was macht das Bier mit der Frau? Der weibliche Organismus arbeitet komplexer und eleganter als der männliche. Im weiblichen Körper verändert sich der Hormonhaushalt jeden Monat auf eine natürliche Weise und eine Einmischung in diesen Prozess von außen durch die Zufuhr von Phytoestrogenen oder anderen hormonhaltigen Mitteln kann sehr ernste Folgen mit sich führen, bis hin zur Unfruchtbarkeit. Wie bei den Schaffen in Australien. Im Normalfall produziert der Organismus einer Frau genauso viel Estrogen, wie er es gerade braucht. Wenn eine Frau aber Bier trinkt und sich somit eine zusätzliche Menge an weiblichen Hormon zufügt, dann kann das zur Vergrößerung der Gebärmutter führen, zum unkontrollierten und vermehrten Gewebewachstum der Gebärmutter und der Vagina. Der menstruelle Zyklus wird gestört. Dieses zeigten unter anderem Versuche mit Ratten. All das stellt die Eignung so einer Frau zur Erhaltung des Familienstammes unter Frage. Die Wirkung des Hopfens auf die Frau ist seit langem bekannt. Deshalb hat man vermieden, Frauen bei der Ernte der Hopfenfrüchte einzusetzen, weil wegen dieser Arbeit bei den meisten Frauen Blutungen auftraten, ganz unabhängig von ihrem inneren menstruellen Zyklus. Und wenn bei den Männern der Bierkonsum eine immer geringere Lust am anderen Geschlecht zufolge hat, so ist das bei den Frauen umgekehrt. Das bringt Disharmonie in die Familie. Ganz besonders gut kann man das an jungen Mädchen sehen, wenn sie mit einer Flasche Bier in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand an einem Jungen hängen, unter den Augen von Passanten. Dieses kann man auch als übersteigerte, unkontrollierte Lust bezeichnen, wenn die Geschlechtslust so dermaßen ansteigt, dass diese Mädchen jede Kontrolle über ihr Verhalten verlieren und anfangen eine aktive, dominierende Rolle dem Jungen gegenüber zu spielen und sich ihm aufzudrängen. Es sei angemerkt, dass im Tabakqualm ein ganzes Spektrum an Phytoöstrogenen enthalten ist und selbstverständlich eine Unmenge an giftigen Substanzen ebenfalls. Bei den Männern führt Rauchen zu Impotenz, die sich innerhalb von 10 bis 20 Jahren entwickelt. Die unkontrollierte und übersteigerte Lust ist kein natürlicher Zustand, denn in diesem Zustand ist der Verstand nicht mehr in der Lage, die sexuelle Lust zu kontrollieren. Leider schenken insbesondere junge Frauen solch eine Verhaltensweise keine besondere Beachtung in Verbindung mit dem Bierkonsum und Rauchen. Da ihnen solche Verhaltensweisen durch Werbung, Film und Fernsehen als ein absolut normaler Lebensstil aufgezwungen werden. Dieser Vortrag soll aber nicht missverstanden werden und soll den Zuhörern nicht dazu aufmuntern, vom Bier zu den eher härteren alkoholischen Getränken zu greifen, wie Wein oder Wodka. Denn genau dieser Weg führt einen Alkoholiker von den zunächst sogenannten weichen alkoholischen Getränken zu den harten, indem er im Rahmen seiner immer größer werdenden Abhängigkeit die Menge erhöht und den Alkoholgehalt der Getränke. Es ist wichtig zu wissen, dass mit der Zeit jedes alkoholische Getränk zu hormonellen Störungen führt, indem es zur Neubildung des Gewebes des Hodens, der Eierstöcke, der Nebennieren und der Leber führt, also der Organe, die für den Hormonhaushalt des Menschen zuständig sind. Aber den stärksten Schaden führt der Alkohol dem Gehirn zu, indem er die Hirnzellen zerstört und somit in erster Linie die sehr feinen Funktionen der Hirnrinde beeinträchtigt. Vereinfacht kann man sagen, dass wenn ein Mensch es bevorzugt, zuerst zu einem verblödeten Idioten zu werden und dann impotent, dann trinkt er Wodka und wenn er es bevorzugt, zuerst impotent zu werden und dann zu einem verblödeten Idioten, dann trinkt er Bier. Ein normaler Mensch braucht weder Bier noch Wodka. Um aber sowohl den Männern als auch Frauen, die so sehr an Bier hängen, Hoffnung zu geben, wenn sie diesem Gesöff für immer Entsagen werden sie ihrem Körper die Möglichkeit geben, den Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen und sich somit ihre beeinträchtigte Gesundheit wieder herzustellen. Nur das Entsagen kann in diesem Fall etwas schwierig werden. Wieso? An dieser Stelle kommen wir wieder zum Hopfen. Aus Sicht der Botanik ist Cannabis der nächste Verwandte des Hopfens. Man kann diese Pflanzen sogar kreuzen, um Hybride zu bekommen. Aus Cannabis werden Drogen wie Marihuana und Haschisch gemacht. Und im Hopfen sind diese Drogensubstanzen wie im Cannabis ebenfalls enthalten, wenngleich in einer geringeren Konzentration. Daneben produziert der Hopfen ebenfalls etwas Morphium, was die Grundsubstanz für Heroin und Kokain ist. Und nicht zuletzt zählt ebenfalls der Alkohol, der im Bier enthalten ist, ebenfalls zu den Drogen. Hier ein Auszug aus der Gostnorm 5964-82 für Spiritus. Zitat, Spiritus zählt zu den stark wirkenden Drogen. Aber eine Abhängigkeit zum Bier entsteht schneller und unbemerkbarer als zu anderen alkoholischen Getränken. Der Entzug des Bieralkoholismus ist jedoch wesentlich schwieriger als bei dem normalen Alkoholismus, so die Aussage von Dr. Afanasiew, eines Direktors der ersten psychotherapeutischen Abteilung des Wischniewski Hospitals. Es entsteht sogar eine Sucht zum nicht-alkoholhaltigen Bier. Er erklärt das mit der Wirkung anderer Drogensubstanzen im Bier. Es ist charakteristisch, dass Bierabhängige sogar manchmal dieselben Entzugserscheinungen zeigen wie Abhängige von sogenannten harten Drogen. Wenn man also alle Drogen in zwei Kategorien einteilt, Startdrogen, also Drogen, mit denen die Menschen ihre Abhängigkeit beginnen und Enddrogen, von denen sie dann endgültig fertig gemacht werden, so kann Bier und Tabak zu den Startdrogen eingeordnet werden. Eine besondere Gefährlichkeit geht vom Bier deswegen aus, weil zum Teil die Gewöhnungsphase zu diesem Getränk in bereits sehr jungen Jahren stattfindet, zum Teil mit sieben Jahren. Dieser Umstand hat negative Folgen in der intellektuellen, körperlichen und geschlechtlichen Entwicklung von herrenwachsenden Menschen zufolge. Ein paar Worte zu dem, wie traditionelles Bier gebraut wird. Die alkoholische Gärung findet auf Basis von Gerstenmalz statt, dessen Kohlenhydrate durch Bierhefe in ätherischen Spiritus umgewandelt werden. Und neben dem ätherischen Spiritus produziert die Bierhefe noch eine Menge an weiteren Substanzen, wie Methylalkohol, Propylalkohol, Isoamethylalkohol und andere und natürlich die zu Anfang erwähnten Fusselöle, also Aldehyde. Als Folge sterben die Bierhefebakterien ab, da die Lebensumgebung durch ihre eigenen Ausscheidungen so vergiftet wird, dass ein weiteres Überleben nicht mehr möglich ist. Dieses fertige Bier wird nun an die Konsumenten verkauft, manchmal sogar ohne die toten Mikroorganismen herauszufiltern. Somit kann man sagen, dass nach seinen toxikologischen Eigenschaften und im Anbetracht der konsumierten Menge Bier wesentlich schädlicher ist als Wodka oder gar selbstgebrautes. Denn Wodkahersteller benutzen für die Produktion ein speziell gereinigtes Alkohol, befreit von den meisten Gärungsprodukten und Fusselölen. Und sogar selbstgebrautes wird nicht einfach so abgefüllt, sondern zum Teil mehrmals gereinigt. Und obwohl Spiritus in erster Linie Gift ist, welches am stärksten das Gehirn angreift, so rühmen sich die Wodkahersteller, dass sie ihr Produkt von den Fusselölen, also diesen sehr toxischen Substanzen, befreit haben. Laut Gosnorm P51355-99 darf Wodka nicht mehr als 3 mg pro Liter an Fusselölen enthalten. Das Bier enthält aber 50 bis 100 mg pro Liter an Fusselölen. Genau deswegen ist eine Biervergiftung wesentlich gefährlicher. Aber die Fusselöle im Bier sind sehr schlecht herauszuschmecken, weil sie durch den herben Geschmack des Hopfens überdeckt werden, der dort absichtlich beigemischt wird. Ebenfalls muss angemerkt werden, dass die Hopfenfrüchte weitere Spiritusarten enthalten, die eine sehr starke Wirkung auf die Funktionsfähigkeit des Gehirns haben. Dass bis zum heutigen Tage keine großen Studien zur Wirkung des Biers auf den menschlichen Körper durchgeführt wurden, ist mehr als verständlich, wenn man bedenkt, dass die Bierindustrie nur am Absatz ihres Produktes interessiert ist. Es gibt aber Angaben, dass durch den Bierkonsum das Brustgebsrisiko um bis zu 30% ansteigt, ganz unabhängig von der konsumierten Menge. Bier ruft ebenfalls ein ganzes Spektrum an Augenkrankheiten hervor. Das Risiko für die Entstehung eines Kataraktes und eine Makulopathie, also der Dystrophie des gelben Flecks, welche zum Erblinden führt, steigt um das 1,5 bis 3-fache. Und gleichzeitiges Rauchen verstärkt diesen Effekt. Witten wir uns nun den im Volke durch wen auch immer verbreiteten, in Anführungszeichen guten Ratschlägen. Den Ratschlag schwangeren Frauen Bier zu sich zu nehmen, kann man ohne Bedenken als kriminell ansehen. Die moderne Medizin kann das bestätigen. Alkohol, welches in das Blutsystem des Fötus gelangt, kann dort zu gravierenden Schäden an den Organen führen, bis hin zu kompletter Missbildung dieser Organe oder des ganzen Organismus des werdenden Kindes. Studien haben ebenfalls gezeigt, dass durch den Bierkonsum der Hormonspiegel im Fruchtwasser sinkt, sowohl für weibliche als auch für männliche Hormone, und das Gewicht des Neugeborenen verringert sich merklich. Der nächste Ratschlag ist, dass durch den Bierkonsum sich die Milchmenge einer stillenden Frau erhöht. Dazu muss man sagen, dass das Kind, welches diese Milch zu sich nimmt, gleichzeitig Alkohol bekommt, welches sich wiederum sehr stark negativ auf die Entwicklung seiner Organe auswirkt. Gleichzeitig wird das Kind an Alkohol gewöhnt, was die Suchtgefahr zum Alkohol in seinem späteren Leben vergrößert. Manchmal gibt es auch Ratschläge, den Kleinkindern einen Esslöffel Bier zu verabreichen, damit sie besser einschlafen, was auch tatsächlich funktioniert. Bedenkt man jedoch die Wirkung des Alkohols auf das Gehirn des Kleinkindes und der weiteren Gifte, die im Bier enthalten sind. Hinzu kommt, dass das Alkohol eine fünffach größere Wirkung auf ein Kleinkind hat als auf einen Erwachsenen, dessen Masse auch noch um das 12- bis 15-fache geringer ist als die seiner Mutter. Somit sind 15 Gramm Bier für ein Kleinkind gleichzusetzen zu einem Liter Bier für einen Erwachsenen. Wenn die Mutter also selber noch kein Fan von Bier ist, kann sie sich gut ausmalen, was das für ein Kleinkind ist, vor dem Schlafen jeden Tag einen Liter Bier in einem Rutsch wegzukippen. Sie selber würde das ohne sich zu übergeben wohl kaum schaffen. Und würde sie das jeden Tag machen, über ein oder zwei Monate, so könnte man sie in eine Entzugsklinik einweisen. Denn nach zwei Monaten dieser Prozedur wäre sie bereits ein Alkoholiker. Warum trinken Menschen Bier? Die Liebhaber dieses sogenannten Getränks sagen, dass ihnen der Geschmack gefällt. Allerdings sagen auch die meisten dieser Liebhaber, dass sie den Geschmack zu Anfang überhaupt nicht mochten. Ja, sie fanden ihn sogar widerlich. Aber mit der Zeit haben sie sich daran gewöhnt. Das kann man auch mit der ersten Zigarette vergleichen. Zu Anfang war es widerlich, aber durch Selbstüberwindung nach und nach hat man sich an die Zigarette gewöhnt. Viele Bierliebhaber sagen, dass sie das alkoholfreie Bier nicht mögen, weil sein Geschmack schlechter ist. Aber statistische Tests mit unkenntlich gemachtem Bier haben gezeigt, dass die Probanden keinen Unterschied merken konnten zwischen alkoholfreiem und an alkoholhaltigem Bier. Warum trinken die Menschen also Bier? Nun, zunächst einmal, um in den jungen Jahren einfach erwachsen auszusehen und dazu zu gehören. Und später einfach, weil dort Alkohol enthalten ist. Alles kommt also auf eine Frage hinaus. Warum lassen sie Menschen sich so berauschen? Es ist interessant anzumerken, dass in der Sowjetunion in den 70er und 80er Jahren der Bierkonsum stetig angewachsen ist. Dies ist begründet durch Maßnahmen seitens der Politik, sogenannte harte alkoholische Getränke wie Wodka durch schwache alkoholische Getränke ersetzen zu wollen. Durch eine künstliche Absenkung des Preises auf Bier wurde der Konsum bei den Verbrauchern angeregt. Umgerechnet auf die enthaltene Alkoholmenge in den Getränken konnte man für einen Rubel 120 bis 130 Gramm Bieralkohol kaufen und im Vergleich dazu nur 50 Gramm Wodkaalkohol. Somit ist Bier zum billigsten alkoholischen Getränk gemacht worden. Im Jahre 1960 betrug der durchschnittliche Bierkonsum 13 Liter pro Person. 1970 bereits 16 Liter, 1980 24 Liter pro Person, 1985 18 Liter und im Jahre 1990 ist der Bierkonsum dann wieder angestiegen auf 23 Liter pro Person. Danach aber ist der Bierkonsum wieder gesunken, was auf starke Preissenkungen beim Wodka zurückzuführen ist und dem Erscheinen von reinem Spiritus auf dem Markt. Es ist unlukrativ geworden, sich mit Bier zu besaufen. Allerdings zu Mitte der 90er Jahre fing die Bierindustrie an, sich wieder zu erholen. 1995 betrug der durchschnittliche Bierkonsum pro Einwohner 12 Liter und 1998 22 Liter, 1999 29 Liter und im Jahr 2000 bereits 37 Liter pro Person. Im Jahre 2005 betrug der Umsatz der Bierindustrie in Russland 5 Milliarden US-Dollar und der Bierkonsum ist auf durchschnittlich 60 Liter pro Einwohner gestiegen. Was ist geschehen? Die Bierindustrie fing einfach an, sich neu auszurichten und zwar auf junge Menschen, für die nicht so sehr der Preis eine Rolle spielt, sondern der symbolische Wert des Biers. Diese neue Ausrichtung wurde aktiv durch direkte und indirekte Werbung vorangetrieben, was nicht zuletzt einem für die Bierindustrie wichtigen Gesetzesbeschluss aus dem Jahre 1997 zu verdanken ist, denn die Bierindustrie-Lobby für sich verbuchen konnte. 1997 wurde Bier aus der gesetzlichen Marktregelung für alkoholische Getränke herausgenommen. Dieses Gesetz wurde sozusagen von der Bierindustrie gekauft. Das hat den finanzkräftigen ausländischen Konzernen die Tore zum russischen Markt geöffnet. Ausgestattet mit Milliarden von Dollars konnten diese Konzerte durch gezielte Manipulation der Medien, der Werbung und der Filmindustrie den jungen Menschen falsche Werte und einen falschen Lebensstil aufzwingen und sie so an die Droge Bier heranführen. Ähnliche in Anführungszeichen Erfolge kann für sich die Tabakindustrie verbuchen. Laut statistischen Daten betrug der Marktanteil ausländischer Tabakfirmen in Russland 94 Prozent. Nicht anders sieht es auch beim Bier aus, denn der Biermarkt wird ebenfalls vorwiegend vom ausländischen Kapital kontrolliert. Was sind das für Firmen? Nun, im Folgenden werden diese aufgezählt. Die größten unter ihnen ist die Baltic Beverage Holding, registriert in der Schweiz, gegründet 1991 von finnischen und schwedischen Bierbrauereien. Heute gehört sie den Firmen Carlsberg aus Dänemark und Scottish & Newcastle aus Großbritannien. Die Hauptproduktionsstätten in Russland befinden sich in St. Petersburg, in Tula, in Rostov und kleinere Produktionsstädte in Samara und Chabarowsk. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen beträgt der Marktanteil 35,8 Prozent. Diese Zahl und folgende sind aus dem Jahr 2006. Dieses Unternehmen hält also eine große Anzahl an kleineren Regionalmarken ebenfalls in seinem Sortiment. Weiter wäre da die San Interbrou, beheimatet in Belgien, mit einem Marktanteil von 18,7 Prozent. Die wichtigsten Produktionsstätten sind in Omsk und in Klina. Dann kommt Heineken aus den Niederlanden mit einem Marktanteil von 13 Prozent. Die wichtigsten Produktionsstätten sind in St. Petersburg und Novosibirsk. Den viertgrößten Marktanteil hat EFAS Brewers International aus der Türkei mit 12,5 Prozent. Eine große Produktionsstätte befinden sich in Moskau und kleiner in Rostov und Ufa. Dann wäre da noch die SAB Miller, die hervorgegangen ist, aus einer Fusion von South African Breweries aus Südafrika und Miller aus den USA. Registriert ist dieses Unternehmen in London. Den mehrheitlichen Aktienanteil hält die Altria Group, ehemals Philip Morris. Die SAB Miller hat einen Marktanteil von 8,7 Prozent, hat eine Produktionsstätte in Kaluga. All diese Firmen vertreiben ihr Bier unter harmlos klingenden oder sogar patriotischen Namen. Direkt ins Deutsche übersetzt lauten diese Namen unter anderem wie folgt. Weißer Bier, die drei Dicken, Baltik, Volga, Legende, Schütze, Russe, Roter Osten, alter Müller, tschechischer Standard, Adler und viele weitere in dieser Art. Selbstverständlich wird das Bier ebenfalls unter westlichen Namen verkauft, wie Warsteiner, Bex, Radeberger, Tuborg, Karlsberg und wie sie alle heißen. Wir haben deswegen diese Unternehmen so genau aufgelistet, um zu zeigen, wie geschickt sie sich tarnen können unter Hunderten von Handelsmarken und so patriotisch oder harmlos klingenden Namen wie Weißer Bier. Doch in Wahrheit kontrollieren diese ausländischen Konzerne 89 Prozent des Biermarktes in Russland und schöpfen gleichzeitig enorme Gewinne aus ihrem mörderischen Geschäft. Sie können selber ausrechnen, wie hoch der Umsatz dieser Kannibalen ist. Nehmen Sie einfach die durchschnittliche konsumierte Biermenge von 60 Litern pro Person, die aktuelle Bevölkerung von etwa 142 Millionen und den aktuellen Bierpreis. In Westeuropa findet dagegen eine interessante Entwicklung statt. Der Bierkonsum geht langsam aber stetig zurück. Aber die Produktionsmengen vom Bier wachsen. Der Überschuss von diesem Pöbelgesöff wird daher in Länder der dritten Welt exportiert. Übrigens im alten Rom galt das Bier als das Gesöff für den Pöbel. Unter den Bürgern von Rom galt es als verpönt, Bier zu trinken. Nur schmutziges Pöbelpack hatte sich damit besoffen und wurde dementsprechend auch wie Vieh behandelt. Somit reiben sich diese ausländischen, in Anführungszeichen Wohltäter die Hände und stopfen sich die Taschen mit Geld voll. Und erfüllen gleichzeitig von der Weltgemeinschaft ausgesprochene Zielsetzung, die von der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright im Jahre 2000 verkündet wurde, Zitat, laut Meinung der Weltgemeinschaft ist für Russland nur eine Bevölkerungszahl von 15 Millionen Menschen wirtschaftlich. Warum saufen wir also immer noch dieses Gift? Während der letzten 10 Jahre laut der offiziellen Statistik des russischen Staates wurden jährlich 1,35 Millionen Menschen geboren. Dagegen verstarben 2,2 Millionen Menschen jährlich. Davon 700.000 Menschen durch Ursachen verbunden mit dem Alkoholkonsum. 400.000 Menschen durch Ursachen verbunden mit dem Rauchen und 50.000 bis 100.000 durch den Konsum von illegalen Drogen. Durch Selbstmord starben 30.000 bis 40.000 Menschen. Durch den Mord 25.000 bis 30.000 Menschen. Jedes fünfte Paar ist nach offiziellen Angaben zeugungsunfähig. Diese ausländischen Puppenspieler sind sehr gut imstande, andere Menschen zu manipulieren. Sie brauchen nur eine neue Werbekampagne zu starten. Schon laufen alle und kaufen sich die neue Biersorte, die jetzt noch besser schmeckt und einen noch cooler macht. Die Bevölkerung verhält sich dabei wie eine Viecherde. Kürzlich verkündete eine Werbeltafel der Zigarettenmarke Winston mit einer abgebildeten Zigarettenschachtel und einer Überschrift darüber. Die neue Art der Gegenwart. Können wir uns denn keine Gegenwart mehr ohne eine Zigarette und Bier vorstellen? Diese neue Art der Gegenwart leben wir bereits seit 15 Jahren. Man muss ja mit der Zeit gehen. Von allen Hochglanzmagazinen wird uns eingetrichtert, dass man im Leben alles ausprobieren muss. Und wenn alles, warum soll man dann bei den legalen Drogen Alkohol und Tabak stehen bleiben? Warum gehen wir nicht zu den härteren illegalen Drogen über? Denn in diesem Leben muss man ja alles ausprobiert haben. Man muss in jeder stinkenden Pfütze, in jedem Drecksloch gelegen haben. Einige binden sich dann auch noch einen Strick um den Hals, denn das muss man dann ja auch ausprobiert haben. Wir sind wie eine Herde Vieh, die eine Straße entlang getrieben werden, auf der wir jedes Jahr mehr als eine Million Menschen verlieren und das bereits seit 15 Jahren, seit wir die Tore diesen Gästen geöffnet haben. Aber eigentlich gibt es nur eine Sache, die man in seinem Leben versuchen muss zu machen, nämlich man muss versuchen, ein Mensch zu sein oder einer zu werden. Nicht eine Pflanze, nicht Vieh und schon gar nicht eine Marionette in den Händen dieser Kannibalen, sondern ein Mensch. Ich hoffe, dass wir alle richtig die Bedeutung dieses Wortes verstehen.